Ich bin Marcel Kaufmann und ich wähle im Balzner-Gemandrat. Ich bin mit der Janine verheiratet und habe zwei Kinder. Als Lehrer kann ich meine Erfahrungen besonders im sozialen Bereich einbringen. Ich täte gerne meine Projekte Sanierung und Erneuerung von Turnhallen und Balzers Mitte, wo ich die Projektgruppe mit schaffe, weiterführe und in Zukunft daraus entstandene Projekte umsetze. In meiner Freizeit spiele ich Schlagzeuge per Mundat-Band-Res oder genieße es auf dem Golfplatz, wo ich meine Batterien wieder aufladen kann. FPP Balzers, wir sind fähig, die Ziele umzusetzen.